Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Naruto. Wir haben natürlich vor der Tenchi-Polk aufgeholt und starten gleich mal rein. Das war ein langes Mal, Herr Sasori. Das ist... Über fünf Jahre, richtig? Kabuto? Yakshin. Er ist in der Katsuki-Spark. Wo du folgst? Es ist nur du und ich. Und ich habe nicht viel Zeit, also bitte, bleibt es kurz. Dann werde ich es kurz halten. Ich möchte Informationen über Sasuke, sowie die Location des Ihres Buses. Wir gehen immer an eine andere Woche um zu erzeugen, durch den Anni. Jetzt ist Orochimaru in der Mitte von hier. Sasuke Uchiha ist auch da. Ich verstehe. Jetzt. Ich glaube, dass du das Worte gebracht hast, was du mir gesagt hast. Wir machen die Hand-Off. Ich habe zu viel Zeit hier, wie es ist. Wenn ich herausbekommen, mit dir so zu sprechen, Orochimaru sicherlich könnte... Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich kann es nicht mehr aufhören. Ich muss ihn aufhören. Ihre Konversation klingt inregend. Ich hoffe, dass du keinen von euch wirst, wenn ich in Orochimaru teilte. Orochimaru. Ich erinnere mich, Garth. Es sicher bringt die Erinnerung, Sasuke. Also, du folgst Kabuto. Ich wollte dich einfach bedanken. Ich wollte dich in person. Nach allem, du bist derjenige, der mir hat diesen Kind gebracht. Und er hat in sehr handelt. Nicht gut. Ich kann nicht aufhören. Ich versuche Lord Orochimaru. Ich versuche mich, Lord Sasori. Ich versuche mich, wenn ich ein bisschen entfernt habe, während Kabuto schreie Orochimaru? Es kann nicht sein. Ich weiß, was er? Obwohl er mich aus dem Beginn. Was bedeutet das? Kabuto, du solltest du sein Spie an Akatsuki sein. Du denkst, dass ich sein Spie sein würde? Oder hat Orochimaru benutzt seine Macht, um dich zu schreien? Oh nein. Du hast es falsch gemacht. Der Fakt der Sache ist, ich empatiere mit Lord Orochimaru's Ideen. Ich bin etwas von meiner eigenen Freie Willen. Ich bin etwas von meiner Reby. Für jetzt kommt es nicht. Warum schいます nicht die drei Baby-Raten nach dir? Dass er immer wieder wissen muss. Na ja, wieder einmal du bist. Ich weiß, dass du diesen Gesicht so gut fachst. Und sie sah aus wie ihm. Das ist nicht so leicht, als er ihn zurückぎenden. Ja, wirklich. Du bist hier weg. Sasuke, warum kannst du nicht nur die Wahrheit nehmen? Ja, du? Wenn du über Sasuke wissen willst, musst du ihn von mir ausfüllen. Wenn du kannst, das ist. Geh weg! Moro, Moro, Chimaru will spielen. Nein, das ist richtig. Also, du bist gekommen. Mein, mein, du möchtest du mich? Was? Ich habe mein eigen Weg. Ich gehe nach Orochimaru. Moro, Moro! Das ist ein Kind. Es ist ein Kind. Ich werde mit dir spielen, für ein bisschen. Sasuke! Gib ihn zurück! Ich frage mich, wer besser ist. Ich frage mich, wer besser ist. Ich schreie dich! Ich schreie dich! Ich bin durch, Blaine. Wie ist das? So eglisch. Ich versuche, dieser Junge... Oh, das ist interessant. 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 Cool. Cool. Oh, das ist interessant. Oh, das ist interessant. Okay. Oh, das ist interessant. 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 Das ist interessant. Oh, das ist interessant. Auf geht's. Oder bewegt sich der übel langsam, ey. Wenn die mir einen schnelleren nehmen können. Ei. Okay. 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 Oh, ein geiler Kampf. Okay. 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 Das war's für heute. I don't know. I don't know. I don't know. I'll explain it later. Naruto. Naruto, huh? What happened to me? Thank goodness. I'm glad you're unharmed. That was a rather entertaining game. What do we do now? For now, we returned. Did you need something? You were... Let me make this clear. I am not your... I've come to negotiate under orders from a certain person. And on his beha... What's that? A list of Anru Black Ops, led directly by the Hokage. So, you snuck away with the top secret document. My thanks. And? You said you wanted to... Yes. This is no place for a conversation. Let's talk it out. As I feared. Sai did what? That's right. I've noticed several oddities in Sai's behavior. So, I used one of my clones to keep an eye on him. Well, actually... He's with Orochi. What? During the time I watched him, Sai didn't seem to be acting for a while. Then why? It's only something of a wild. I think Sai may be taking orders from someone other than the fifth Okage. We assume that Sai's master and Orochimaru have common goals. But what's so important that he team up... Maybe... No. It's too dangerous for us to... Yes, sir! Up geht's, manch! Schwul. Thanks! Thanks! Orochi, right? Yes. Okay. Of course. Look! oh mein jetzt wieder hier sonst wo suchen ich weiß zwar dass es dort nicht lang geht aber ich will mal gucken was es da gibt vielleicht gibt es ja was gutes hier es ist da Tinder und Wasabi nice so was braucht man mit 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 scheiß schuriken die ganze zeit die Leute verändern, schreien die sonne, und ich bin Sasuke Huh, egal was jeder sieht, mein Freund dieser Bond hat viel Arbeit und ich werde ihn schützen Du bist wirklich ein Idiot Selbst wenn du... Wenn es ein Bond ist... Ist das richtig? Ja Sai Es gibt eine Grunde, warum Naruto und Sakura folgen Sasuke mit so viel Fervor Sie sind bereit, nicht zu spüren ihren Bond mit Sasuke Sie versuchen zu halten... Ich kann nicht sagen, dass ich das bedeutet Aber... Ich... Ich will sehen diese Bond... Sai Also ich werde dich nicht interferieren Nicht... Hm Ich dachte, dass du möglich bist... Wow Either way... Go on You got away Naruto Whatever er gesagt, das nicht verändert was wir... Ja I don´t really understand, but... I thought... Hehe... Okay Captain Yamato Right. All right Team 7 bowick Sasuke must... okre... spaß gemacht ich hoffe die kämpfe war nicht gut und wir sehen uns in der nächsten folge